Dankeschön für die Mitgliedsherzchen. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, Coach. Da bist du ja wieder. Das treibt uns voran. Deniz, vielen, vielen Dank. Der sieht ziemlich gestresst aus. Coach. Coach. Bitte nicht über illegale Sachen reden. So, wir haben 33 Mal geteilt. Mandelmilch, äh, Bio, bitte nur. So, ihr seid aber aggressiv. Elfmann-Prinzessin, schön, dass du da bist. Hör mal zu. Hör mal zu, du Glatzkopf. Hä? Wieso warst du denn eine Glatze? Jeder weiß, dass du Hauttransplantation gemacht hast, wo du vorne keine Haare mehr hast. Aber ist doch alles okay. Ist doch alles okay. Ja? Alles gut. Zeig dir mal auf Instagram seine Story. Ich bin gerade im Wissen außerhalb von Hamburg und ich zeig euch meine neue Gegend. Woher mit deinem Glatze hier? Digga, du siehst aus wie die größte Brennstange, die ich je gesehen habe. Hä? Hä? Weißt du was? Gar nicht, ihr Lieben. Ich komme jetzt live und dann siehst du. Ich komme jetzt live. Sieht man dann Haare bei dir, oder was? Siehst du noch. Also, Dioroller ist heute sehr, sehr sauer. Unser Diorollerchen. Dioroller süß angelehnt. Dioroller ohne CD-Laufwerk. So, alle ein Herzchen rein. Wie geht's hier? Wie geht's? Ja, dann zieh das doch durch wie ein Mann. Nicht reden. Ja, okay. Bis um 18 Uhr mache ich nichts. Hier schafft er das Ding mal 20 Sekunden. Ja, okay, okay. Dann, er trinkt zwei Minuten irgendwie einen Tee, dann, das um 22 Uhr machen geht's. Und alle, die auch nichts im Leben machen, gucken dann 22 Stunden zu. Ja, aber das Ding ist, das Lustigste ist, ich werde gehatet, aber trotzdem wird mir zugeschaut. Wo ist der Sinn? Der Sinn ist, ich mach's ganz kurz, okay? Hallo. Ja. Ich mach's ganz kurz. Ja, ja, so. Ich hör dir zu. Wir leben in einer Gesellschaft, die gedrillt ist auf Perfektion, ja oder nein? Von 8 bis 8 arbeiten und irgendwann sterben, okay? Da geht Liebe, Zuneigung und das Gönnen unter. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen, alle werden so behandelt im Alltag, ja, ö, 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 ö. Und deswegen, hier bedeutet, dass du Erfolg hast, wenn die Leute dich hassen und beneiden. Stimmt, hast recht, das hab ich auch gesagt. Aber du darfst nicht ins Ausland, weil wenn wir ins Ausland gehen in Amerika und diese, hier bist du wie hier, so neidisch und so, dann hast du verloren. Drüben sagt man, oh, du hast es geschafft, du hast tausend Zuschauer, wow, geil, hätte ich auch gerne, wie machst du das? Und hier ist so, naja, hmm, der hat doch bestimmt irgendwas gekauft. Dankeschön, Herr Jobcenter, vielen, vielen Dank. Hamza Bortz, Elvan, vielen, vielen Dank. Tut mir leid, dass du mir nicht bedankt hast. Haha, ich liebe Weißes. Arbeit jetzt für die Polizei. Also, danke, reicher Weißelmann, danke, reicher Weißelmann. Jassa, Alter, Jassa, Jassa wird auch mal in den Mund gefögelt, Mann. Aber richtig, von Danmark, kann ein bisschen sitzen. Jassa, der AC, du kriegst richtig. Ah, 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 ah. Ja, gleich erstmal. Für alle die gleiche. Yes. Wir brauchen erst mal noch ein, hier, ein großer. Haha. Also, äh, sehr simpel, einfach. Ja. Ja, ja, wir sind ja drin aufgewachsen. Ja. Man macht sich öfters einen riesen Schädel, einen riesen Kopf darüber, aber... jetzt, 15 Sekunden mal drei, holen wir uns einen Boxhandschuh nach Hause. Ich will das nicht an. Von dem Sidekick hier. Ich will das nicht an. Ja. Leute, Dankeschön. Ich bin weg. Leute, machen wir die große. Danke. Franky's Trap. Oh, was geht's hier ab? Das ist ja pure Unterdrückung hier. Ja, Spongebob, äh, ist jetzt ein überfahrener Schwamm. Ja, Penny LKW ist überfahren worden jetzt. Okay, Leute, wenn ich Coachy nicht möge, dann, dann... Hamza Bortz. Nein, nein, ach Quatsch. Ja, okay. Oh. Nein, hier schreiben auch viele. Der Typ ist von anderen Planeten, das ist voll komisch. Aber, aber, ich mag dich und ich bin ja der Streamer. Der Streamer. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Alles gut. Vor allem habe ich noch was. Fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Jawohl. Also, folg nur einmal Schleim. Hamza Bortz, ich folg dir. Ich bin gar nichts. Ich bin gar nichts zu menschen. Michi Elvan, Paco Original. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich folg dir mal. An alle diese kleinen Knusperkekse. Ich folg dir. Holy shit. Ach so, so heißt du. Tanja, vielen, vielen Dank, dass du betrunken noch Geschenke versendest. Moni, vielen, vielen Dank. Rommel, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich noch mal. Hm. Ähm. Spongebob. Hallo. Ja, ja. Machst du jetzt wieder? Bis um 18 Uhr mache ich nichts. Ja, ich habe mir sogar noch was Neues erfunden. Das zum Beispiel. Also, normal, normal das Schild, aber plus, plus das, ah, das kann man nicht lesen. Das verkehrt herum. Das steht zusammen. Das steht zusammen. Das ist eine geile Idee. Und die Leute raffen es immer noch nicht. äh, 800 H2-Empfänger sagen, ja, machen wir sowieso nicht. Tick an. Solange die Idee funktioniert, also ist, ich komme mit dir mit auch da hinten wieder sitzen. Ja, also. Du kommst da hinten wieder hinten? Ja. Normal. So, 17 Sekunden noch. Er wird snipen, er wird snipen, er wird snipen. Ja, genau. Snipen, ha? Snipen, ha? Niemals. Hör nicht auf den Grutsch. Wer, 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 wer schreibt hier angeblich heiße ich Samin Mansouri. Das stimmt doch gar nicht. Wer ist das, Mann? Irgendein Chinese? Oh, ja, es ist halt irgendwas. Nur. Es war, es war, natürlich, es war mir. Ich lasse dich weiter mit den anderen Mädchen. Äh, nein, ich bin nicht so dein Matchtyp. Er hat mich da nie weg. Er hat mich da nie weg. Hallo? Ich bin nicht da, der Helm. Komm, um ein Löwen und so, jetzt auf einmal. Hey, Spongebob. Spongebob. Ja. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich schwöre, oder nee, ich schwöre nicht. Wirklich, es liegt meinem Herzen. Es liegt meinem Herzen. Wirklich, alle ein Herzchen rein. Er hat die Ausstrahlung, die Weisheit und Humor eines Multimillionärs. Ich meine das zu Tod, ich meine das Todernst. Spongebob. Ich brauche bei ihm nicht Schleim, er ist neu hier, er ist ein Sidekick. Der interessiert mich überhaupt gar nicht. aber er hat das Potenzial zum Entertainer. Und der Typ gehört nach ProSieben, Sat.1, er könnte gut so eine Sendung, sowas, sowas könnte er machen. Er hat was, er hat was und das macht natürlich neue Leute neidisch, weil erst mal sogar die TikToker untereinander sind neidisch aufeinander. Wenn jemand unterhalten kann mit so effizient, mit so wenig Stress wie möglich, das hassen die Rangelisten-Zombies oben. Das mögen sie nicht, weil der Typ, der Typ klaut auf den 1.000 bis 2.000 Zuschauer, manchmal sogar 5.000 und die in der Rangliste, die sitzen da und sagen, danke für die Rosen, danke für die Rosen. Die haben aber Top-Management und haben Millionen auf dem Konto. So. Und die mögen ihn nicht. Diese Leute schwacken rüber zu mir, zu ihm, zu den Kleinen. Ist das normal? Ja? Und alle ein Herzchen rein, jemand der unterhalten kann, ist einer der reichsten Menschen auf dem Planeten. Die da oben, die können nicht mehr unterhalten. Das haben sie verloren. Sie wurden auserwählt für die Top-10-Ranglisten und dann bist du tot. Dann bist du tot, weil dann geht es nur noch um Geld schieben. Und ihr wisst ganz genau, von Platz 1 bis 10 geht es nur noch darum, dass irgendwelche Schieber Geld hin und her schieben bis auf Platz 1 bist. Und dann, die Geldschieber untereinander streiten sich. Das war's. Und ich will mit Spongebob nicht in dieser Liste landen, wo man gar nichts mehr macht, außer am Stuhl sitzen. Und man hat noch nicht mal das Geld verdient, sondern es sind Schiebereien. So, Dillo, Nilo, die ganzen da oben. Ich will das nicht. Ich hoffe, ich werde nicht so erfolgreich mit Spongebob. Ich hoffe, dass ich ihn nicht irgendwann nach oben sehe. Ich komme mit. Und Spongebob? Oh mein Gott, ich bin auf Platz 10, dass du nicht so endest, mein Lieber. Okay, oh, also solche Worte habe ich noch nie gehört. Er persönlich, also... Nein! Guck mal, wie schnell er laufen muss. Guck mal, wie schnell er laufen, bitte. Ein Coach geredet. Also, ähm... Ich darf nicht alle einen. Danke, das war ein stark geworden. das war ein stark geworden. Geh? Der ärgerliche Dillinger. Der ärgerliche Dillinger. Ja. bis morgen, bis morgen. Und jedes Mal, wenn jemand neidet oder dich hatet, das weiß ich zu meiner Anfangszeit, immer denken, geil, Erfolg, 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 Erfolg. Weil, diese Zuschauerzahlen, die du hast, über 400, Bro, ist Erfolg. Ja. Über 400 ist Erfolg, mein Schatz. Und ärgerlich, nur 4. du hast so gezwungen, das funktioniert nicht, Schatz kippst du, Mats kippst du, du machst gar nichts, du sitzt einfach nur da. Ich guck dir das Typen morgens und mittags an, ich mach gar nichts, er macht gar nichts, und das ist interessant. Und ich koch nebenbei. Das ist ne Ausstrahlung, die hast du von Mama und Papa bekommen, das kriegt nicht jeder, ja? So, alles klar, mein Lieber, dann zisch ab jetzt. Okay, sorry. Achso, ich muss abzischen. so, okay. So. Coach, wie geht's dir? Ich hab ne Preisliste für alles, meine Klospenhasen. Na klar, du ne Preisliste. Miri, Coach, Miri, Dankeschön. Also, alle ein Herzchen rein, für Liebe und Zusammenhalt, und, ähm, für ganz, 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 ganz viel Loyalität. Und das haben wir. Das haben wir. Ich hab niemals gedacht, dass man am Online-Stream, oder, äh, dass, dass, dass man sowas, auf, auf, ich find das geil, ja, euer Coach schmeißt Top-Supporter weg, die meinen, die können uns kaufen, ja, das, was wir jetzt erreicht haben, ist, sagen wir so, Mittelklasse, ja, wir kommen nicht gegen die, super oben da, können wir nix machen, weil das Geldschieber sind, aber alle, die fair spielen, alle ein Herzchen rein, die machen wir platt. Ja. Hätte ich niemals gedacht, hätte ich niemals gedacht, ja. Und alle, die kein Profilbild haben, so hab ich, so hab ich, äh, meine Community gedrillt, äh, dass wir alle, die kein Profilbild haben, unter 100, äh, Follower, dass wir die nicht ernst nehmen, ganz einfach, ja. Ja, Ende, ja, es ist safe, deine Zeit. Ach, es ist egal, wo warst du überhaupt, dich vermisst, Aslan, ich hab, ich wollte erst mal ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen über alles nachdenken, ein bisschen telefonieren, ähm, wo habt ihr eine private Nachricht, also, auf Instagram, Coach Frankie mit drei Isern, Hörst du auch Panzer? Hahaha. Hörst du auch so, mit mir live zu gehen? Ja, natürlich macht es mir, das kostet meine Zeit. Ja. Dankeschön, ähm, und wie heißt du denn? Die, Dai Go, Dankeschön, mein Knusper, also, viel, viel Dank, Dankeschön. Für uns hier. Für ganz viel Liebe und Loyalität, ja. Das sind wir. Das sind wir. Ja, ich liebe es, ich liebe es, ich feiere euch, ja, wenn ich so andere Streamen angucke, in der Community, naja, ja. Tanja, Davis, Dai Go, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ey, Präsident, du bist irgendwie weggekommen. So, alle tippen, tippen, schaffen wir die 100, 100,000 Likes? Schaffen wir die 100,000 Likes? Einen schönen Abend, Frankie. Guten Abend, Einen neuen Kroll. Hallo, äh, Zeig dir das doch nicht an, Alter. Maraschen, Brate, ciao, äh, Bashi, Bashi, Bashi. Zeig dir 100,000 Likes, wo lebst denn du jetzt auf einmal? Ich bin jetzt zwei, drei Mal bei dir oben. Ich wollte keine Fitnessfrage sagen, ich wollte nur sagen, Bruder, du bist ein stabiler Typ, ich mag dich, und Bruder, diese ganzen Möchtegern-Clans, die Zinken rum hier, und Bruder. Wie kommst du, wie kommst du auf Zinken? Bruder, ich frag dich, ich frag dich, ich frag dich, weil ich kenn dich nicht, ich kenn dich nur unten, äh, manchmal kann auch sein, dass du schlechte Laune hast, also ich kenn dich nicht so gut, dass ich weiß, du bist, äh, du bist einer von mir. Ja, hast recht. Ja, ich würd gerne deine neutrale Meinung hören. Jo, und na bitte, ich sag dir ehrlich, äh, wenn man sich nach außen hin präsentiert, Clan, Maclan, und Mafia, und dies und das, und den TikTok, äh, sag ich mal, unabhängig davon, dass man sich lächerlich macht, ja, sagt, der hat mit TikTok sportlich Waffen zu tun, und macht dies und das, er weiß ganz genau, dass die Polizei und der Staat zuhören. Richtig, richtig, richtig. Erzink, Bruder, egal wer hat, nicht nur jetzt, der von gestern, generell. Ja, ja. Und da sollten jetzt alle mal checken, und statt dass sie immer den sagen, Bushido, so, 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 die sind noch schlimmer wie Werner. Äh, Debatten, Dankeschön, viel, vielen Dank. Ähm, also, ich finde, äh, Wahrsager, Salam alaikum. Ähm, Wahrsager, ich sag doch, lass mich doch machen. Ja, ähm, also, ähm, ich sag mal lieber nichts dazu, ähm, ja, weil, äh, die haben zu viel gesprochen, zu viel, äh, zu viel geredet, und, äh, jassa, äh, ist egal. Äh, 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 schieß los, mein Lieber. Ich hab ne Frage an dich, Bruder, ich hab gestern gesehen, wie explosiv du mit der Sache umgegangen bist. Ich mein, ich verstehe dich schon, und ich weiß, dass du auch im Recht bist. Ja, 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 für mich bist du deinem Recht, weil du einfach, äh, du möchtest einfach ne gerade Schiene hier auf TikTok haben und nicht irgendwelche arabischen Clans oder, dass sich unsere Kinder sowas ansehen. Also, ich hab dir gestern echt gutes Feedback gegeben, ich geb dir auch vollkommen recht, was du dazu sagst. Aber? Nein, es gibt bei mir kein Aber. Ach so, ich stehe hinter deinen Worten. Ich stehe hinter deinen Worten, Franky, ich stehe hinter deinen Worten. Also, äh, ich, 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 ich denke mal, ähm, ich denke mal, die haben genug geredet, und, äh, ich würde mich nicht wundern, wenn er zunächst in Polizeiwache geht. Ich würde mich nicht wundern. Äh, deswegen hab ich ein bisschen Respekt vor dem, was ich jetzt sage, weil, das ist nicht mehr Gewalt der Androhung, was die Abou-Chakas machen, sondern die drohen jetzt mit der Polizei. So. Ähm, und da hab ich ganz klar, äh, verloren. Hier schreibt sogar einer, warte ab, SEK, also, da kann ich nichts gegen machen. Ja, wir können uns treffen, man kann miteinander reden, ich bin auch alleine nach Berlin gegangen, das letzte Mal. Ähm, und, alles, was er, naja, ist auch egal, wechseln wir das Thema. Ich, ich hab heute nur gelacht, ich hab, ein TikToker hat mich angerufen, der mit dem gut ist, und der hat mich angerufen, und er sagt so, Code Frankie, stell dir mal vor, du bist LKA-Beamter, ne? Und du siehst den Stream von Yasser Abou-Chaka und von Arafat, von Yasser, ne? Und er schreit in seinem Stream, ich hab Angst vor Code Frankie, ich muss mich schützen, und er macht das und das und das. Was würdest du als LKA-Beamter in Berlin denken, und wie authentisch ist das? Bro, ich hab, ich hab einfach nur gelacht. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin LKA-Beamter, und ich sitze da, und ich seh diesen Stream, und ich gucke in die Augen von Yasser, die nicht nüchtern sind, und es war bei der Frage, hab ich mich totgelacht, als Präsidentin. Bro, er kann nicht mehr, Coach, es ist LKL, er kann nicht mehr. Genau, genau, genau. Und die Anschuldigungen gegenüber dich sind auf jeden Fall groß, das auch mit der, du weißt schon, mit kaufen, und du musst die Dinger verticken, und so weiter und so fort. Und dann als LKA, als Stab, als Polizist, würde ich zu mir sagen, hä? Warum an die Abou-Chakas? Also warum ausgerechnet die? Und warum über WhatsApp? Und warum übers Telefon, Gottverdammt? Also jedes Kind würde sich totlachen. Und das sind keine Anschuldigungen, das ist einfach nur, das ist einfach nur, wenn ein Mensch ohne Mutter und Vater, verwirrt, ohne Erziehung, einfach macht, was er will. Der Typ ist den ganzen Tag auf Puder, auf Schnee, den ganzen Tag. Den ganzen Tag raucht er einen nach der anderen. Ja, das merkt man sofort. Das merkt man. Immer. Immer. Da kommst du nicht gegen andere. Und woran erkennt ihr Leute, die, wenn sie platzen, wenn sie auf einmal zur Polizei gehen, auf einmal durchdrehen, am nächsten Tag sagen sie sorry. Ja. Und wenn wir mal überlegen, weswegen dreht Yasser Abou-Chaka und Arafat, weswegen drehen die durch? Wegen einem Löwen. Also auch wenn ein LKA-Beamter das sieht, wird er sagen, warum ist das, hast du eine Anzeige gestartet, wegen Verleumdung? Nein. Lass sie machen, was er will. Also, wenn ich jetzt LKA-Beamter wäre und ich würde sagen, okay, warum hat er ihn verpfiffen? Ein riesen Punkt, 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 Geschäft. Er denkt wirklich, das ist so wie früher, wo man mit Kisten ankam, am Strand, hier hast du so viele, Punkt, 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 Und hier hast du nochmal zwei von denen. Viel Spaß beim Krieg. Ja. Hä? Also wenn das so wäre, warum soll ich das nicht in Hamburg machen? Ich kann mir auch niemals vorstellen, dass du mit sowas in Berührung kommst, gerade du, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Sogar wenn, sogar wenn, aber warum ausgerechnet die Amo-Chakas? Ey, gut, es könnte doch, es könnte doch Rambo-Clan sein, irgendwas anderes, warum ausgerechnet die, und jetzt, egal bei was, denken die Amo-Chakas, die sind immer die erste Anlaufstelle, egal bei was, aber das ist nicht so. Es gibt mächtigere Leute, und es gibt mächtigere von allem Möglichen, deswegen, ich verstehe nicht, warum man dir sowas vorwirft. Die Amo-Chakas sind die kleinste Clan-Familie, und alle Clans sagen, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten, was nicht schlimm ist, ist okay, sollen sie machen, aber für mich ist das kein Clan mehr, das ist keine Mafia-Struktur, gar nichts, und alle ein Herzchen rein, sie haben auf TikTok nichts verloren. Guckt euch El Sein an, guckt euch Remo an, die sind alle ruhig, guckt euch die Rocker an, Hells Angels, alle vorbildlich, guckt euch die Bandidos an, keinen Mucks hört ihr, bei deren Geschäfts zu laufen. Also, Arafat und Yasser, bitte lasst die Kinder hier in Ruhe, ihr habt kein Content. So, also, wenn ihr was wissen wollt, macht alle ein Herzchen rein. Also, das Ding ist einfach nur, Ferhat Dubai, wer kennt ihn, alle ein Herzchen rein, ein herzensguter Mensch, der wurde zu Tode angebettelt, von der Abu Chakas. Zu Tode angebettelt, zu Tode angebettelt und Ferhat Dubai, ich habe ihn kennengelernt, ein herzensguter Mensch und jetzt haltet euch fest, Arafat kommt zurück, aber mit einem TikTok-Manager aus Dubai. Er kommt zurück, aber er streamt mit einem Dubai-Account. Und auch Yasser, auch Yasser ist zum Anwalt gelaufen, dies und das und das und ich sage euch eine Sache, ich sage euch eine Sache, Arafat, sein Gesicht wurde gesperrt und seine Stimme. So, aber man musste sehr viel Arbeit leisten, dass das wegkommt. Und ich weiß nicht, ob das Ferhat Dubai war oder seine Kollegen oder wer das war, aber die haben gebettelt und gebettelt und gebettelt. Und Yasser, Yasser hat Angst, weil, guck mal, mach mal ein Herzchen ein, alle, die mit den Abu Chakas zu tun haben, kriegen Probleme. Alle. Egal wer. So, und ich war mit einer der einzigen, der denen die Stirn geboten hat. Ich habe zu denen gesagt, von Anfang an, wer seid ihr? Okay, ich soll nach Berlin kommen, ich komme, ist überhaupt kein Problem. So, und die anderen Brüder kommen jetzt auch vor Gericht. Also, alle ein Herz hier rein. Diese Schwerstverbrecher, die in der Unterwelt zu tun haben wollen, sollen die für unsere Kinder hier den Pastor machen, und die einen Imam machen, macht alle ein Herzchen rein, wenn ihr auch was dagegen habt. Coach, Bruder, ich habe mal eine Frage. Nach solchen Anschuldigen, wie gestern. Hewalt, 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 Ja, bitte. Wenn deine Kinder mit 10 Jahren, mit 12 Jahren einem Arafat oder einem Yasser zugucken. Gott bewahre, Gott bewahre, Bruder. Und jetzt, was denkt TikTok Deutschland? Was denken, was denken, was denken einfach deutsche normale Menschen, die das sehen? Die denken sich... Alle ein Herzchen rein, alle ein Herzchen rein, mit der meiner Meinung sei, mit einem Top-Terroristen wie Pierre Vogel. Er geht mit Pierre Vogel, der die halbe Welt vernichten will. Der ein Wahhabit ist, da sind keine Sunniten. An alle meine deutschen Schwestern und Brüder, ich erkläre euch mal, ich erkläre euch mal, Wahhabiten sind so wie Scientologen. Die sagen, wir sind Christen, aber die Scientologen, bei denen dreht sich alles nur ums Geld. Es dreht sich alles nur ums Geld. Und bei den Wahhabiten ist das genauso. Die Sunniten, sogar die Schiiten haben versucht, die loszuwerden, aber die kommen direkt aus Dubai. Die werden direkt von dort finanziert. Und wenn ihr, Arafat, Pierre Vogel, diese ganzen Imame von TikTok müssen weg. Wir haben hier nichts verloren. Wenn ein christlicher Pastor hier reinkommt, wenn ein christlicher Pastor hier reinkommt, der wird sofort fertig gemacht von allen. Sechs muslimische Imame sind hier, alles Wahhabiten. Äh, Coach, Bruder, Coach. Ein Wahhabiten, bitte googelt. Ey, Jungs, macht euch auf stumm. Ich muss die ganze Zeit diese ganze Vibration hören. Presidente, das bist du, macht euch auf stumm, Bruder. Debatten, Debatten, äh, Debatten, Dingsherr. Äh, Debatten. Ich kann, ich kann den Chat nicht lesen wegen dir. Dankeschön, Debatte. Vielen, vielen Dank. Elvan, vielen, vielen Dank. Bitte, guck mal, wenn ihr schon verpestet werdet mit den Abu Chakas, guck mal, alle ein Herzchen rein. Wir könnten, die gehen nicht weg. Die gehen nicht weg. Die gehen nicht weg. Die wollen ihre Mafia-Strukturen hier reinbringen. Sie beleidigen wunderschöne TikTok-Manager. Sie beleidigen sie, die bis heute haben sie sie geduldet. Das ist eine Sekte, Bruder. Das ist einfach nur eine Sekte. Kommt doch bitte auf stumm. Das vibriert die ganze Zeit, Elb-Präsidentin, bitte. Ja, das hab ich gemacht, aber alles. Ja, das vibriert die ganze Zeit. Also, zu dem, also, jetzt kommt der Einfluss auf Dubai. Und das bedeutet, auch Yasser und Arafat, die machen jetzt alles. TikTok-Deutschland hat denen gesagt, nein, wollen wir nicht. Es reicht. Ja. Jetzt sagt Dubai, okay, wir versuchen das. Leider ja. Nein! Doch! Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, der kann doch mal nur eingeben. Pia Vogel, da oder die ist, ey, da sind locker zwei Hände voll junge Männer, die mit ihnen da gearbeitet, gemacht haben und die paar Monate, paar Jahre später in Syrien war. Dann sagt er, ja, ich hab mit denen nichts zu tun. Also, wenn ein Typ so offensichtlich und vom Verfassungsschutz eingestuft wird, als rechtsextremen, ey, zieh dir doch mal rein, der ist ein Iman. Eure Kinder, macht ein Herzrinner. Eure Kinder, was sagst du da, Was sagst du da, Mann? Was? Und deswegen platzen die so. Was? Es kann der nächste Bauer und Idiot. Ich bin nur ein kleiner Mensch. Gib ihm. Es kann der nächste mit Abou-Chakas reden, ihr werdet sehen, was passiert. Gib den ein. Es ist egal, wer du bist. Dabei, gib ein. Ich schwöre es euch. Wäre Arafats Mutter noch am Leben, möge Allah ihr den schönsten Platz im Paradies schenken. Wäre die Mutter, wäre der Vater da, die würden niemals sowas tun. Das sind Kinder, das sind Kinder, die keine Erziehung, die haben gar keinen mehr. Kein Vorbild mehr, gar nicht mehr. Eure Kinder gucken denen zu, einem Top-Terroristen wie Pierre Vogel, der uns alle weghaben will. Und der sitzt jetzt zusammen, guck mal, was für Bauern das sind. Da kommt Arafat zurück mit seinem Comeback und kommt mit Pierre Vogel rein. Und das Schlimmste ist, Coach, die missbrauchen, die Religion für deren kranke Ideologie. Und die Kinder. Und die Kinder. Und die Kinder. Weil, weißt du, warum unsere Generation, vor zehn Jahren haben wir das schon mitgekriegt, wie die drauf sind. Wir haben uns alle von denen distanziert. Aber unsere Kinder versuchen die das jetzt als cool einzutrichtern. Und jetzt pass auf, dieser Pierre Vogel ist ein Imam. Ich habe vor ein paar Tagen unter seinem Video kommentiert, ey, jeder weiß, dass du von ISIS bist. Ihr seid Wahhabiten und, und, und. Weißt du, was er geschrieben hat? Du hast Angst. Komm, ich schicke dir meine Adresse. Dann zeig mal, was für ein Imam du bist. Dann denke ich mir, Digga, du machst einen auf Prediger. Du machst was Gutes. Welchen Prediger hast du mal gehört, der gesagt hat, ich schicke dir meine Adresse. Dann sehen wir, wer ein Imam ist. Also ich bin... Alle, alle ein Herzchen rein. Was haben Terroristen und die Abou-Chakas, die Terroristen unterstützen, was haben sie in TikTok verloren? Die keine Muslime sind. Die Abou-Chakas das sind keine Muslime. Sind sie nicht? Bitte glaubt ihr nicht. Guck mal, wenn ein Christ, ein, also nicht mal ein Ungläubiger, ein Christ, ein Jude, ein Muslim, der sagt nicht jede zweite Sekunde, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja, das machen die nicht, ja? Das macht man nicht, ja? so, Punkt aus Ende. Wie können, wie kann ein Arafat, wie kann ein Yasser Abou-Chakar, wie können die sofort, so oft Allahs Namen in den Mund nehmen, ja? Und wie könnt ihr eure politische und religiöse Sichtweise mit unseren Kindern hier verpesten? Das ist Koranverschmutzung, was sie machen. Ich schäme mich sogar, ich schäme mich sogar. Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Sichtweise den Kindern hier aufdrücke, dann sagen die Eltern, was ist das? Lass unsere Kinder in Ruhe, das machen wir selber, ja? Ja, Bruder, man kann nur an die Leute abhängen. Pass auf, pass auf, pass auf. Und dann, wenn du mit den Abou-Chakars redest über Ferhat Dubai, Bruder, die haben von Ferhat Dubai die Eltern, die Eltern, Eltern beleidigt, mich angerufen, wenn du dich nicht wehrst gegen ihn, das und das und das, das ist so einer, so einer, der ist mit Mumu News, der versucht uns fertig zu machen. Jetzt, letzte Woche, die hast du mit Mumu News Streit gehabt. Ja, du lässt alle sperren. Und jetzt alle ein Herzchen rein. Ferhat Dubai, ein herzensguter Mensch, ein Gönner. Jetzt betteln die Ferhat Dubai an. Das weiß jetzt jeder, weil die es überall rum erzählen. Was soll dieser gutherzige Mensch machen? Natürlich, sagt er, ja, ich guck mal rum. Einfach nur peinlich, einfach nur peinlich. Ja, erst mal, über andere reden, die Eltern beleidigen, dann hingehen und Hilfe verlangen. Diese Menschen haben keinen Rückgrat mehr. Diese Menschen beleidigen alle TikTok-Manager, die es gibt. Mumu News hat nichts getan. Er ist doch nicht der einzige Manager hier. Er hat nichts getan. Er ruft mich an, er sagt, Bruder, das ist alles Quatsch, Mann. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich um meine Familie kümmern, um Geld verdienen kümmern. Ja, ich achte gar nicht auf die. Ein Yasser Abou-Chaka, ein Mensch, alle ein Herzchen rein. Bitte, 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 beobachtet bitte, Yasser Abou-Chaka. Eure Kinder gucken dem Typen zu, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und dann, Zigarette, eine Zigarette, ein kurzer nach dem anderen und dann sitzt er da, bevor er in den Knast geht. Yasser, egal was du über mich erzählst, du kommst bald ins Gefängnis, weil du deine Frau und Geisel genommen hast. Ein Arafat, der mit einem Piervogel unter einer Decke steckt. Du willst unsere Kinder, unsere Kinder verheucheln? Mit was? Erklär den Leuten, dass du ein Wahhabit bist. Punkt, aufs Ende. Erklär ihn das. Wo seid ihr? Seid doch ein Mann, ja? Komm, mach ein Statement, sag mal, welche Religionssicht du hast. Aber was hast du in Arafat jetzt schon wieder, Es geht auch um Yasser. Sehr, sehr komische Leute, ja, und das, was Yasser erzählt hat, du auch mittlerweile. Geh doch auf den los, du hast doch nur mit dem, Alter. Das ist mit dir bald wieder, Coach. Ich glaube, du hast auch einen Glied in den Mund. Aber so ein BBC, oder? Ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Ja, ich will sagen, du darfst die Sache mit Arafat und Sinanji nicht vergessen, dass er einem, ich will den Namen nicht aussprechen, unterstützt. Das ist auch noch eine Sache, die unter die Haut geht. Das darf man nicht vergessen. Man kann so einen Menschen bei so einer Situation nicht unterstützen. ein zweijähriges Kind, das benutzt wurde für Fantasien von Sinanji und ein Arafat kommt auf TikTok, wo nur Kinder sind und er sagt, nein, Sinanji ist im Kerne ein guter Mensch. Das ist aber nicht so. Er sagt, jeder macht doch einen Fehler. Sinanji ist ein guter Mensch. Warum? Warum? Weil Ruth ist der Bruder von Sinanji und ist der Einzige, der gegen Bushido schießt. Für paar Millionen verkauft Arafat seine ganze Ehre und seine ganze Glaubwürdigkeit. Ja? Also, ich wünsche mir nur eins, ich wünsche mir nur eins, dass die Leute, die Leute, über die sie schlecht geredet haben, wie über Momo News, ja, ein Yasser, ein Arafat hasst Momo News bis zum Tod. Der hasst die ganzen Manager von TikTok Deutschland. Der hasst Ferhat Dubai. Und jetzt auf einmal, jetzt auf einmal, ich bitte dafür, ich hoffe, dass diese Menschen, ja, denen das Licht abknipsen. Ich hoffe es, ja. So, sowieso, äh, weiß ich nicht, was, äh, äh, was Religion und Politik auf Instagram verloren hat, äh, auf TikTok verloren hat. Ja, verstehe ich nicht. Aber guck mal, macht alle ein Herzchen rein, guck mal, was Allah gemacht hat. Allah hat Ruth sperren lassen, Sinanjis Bruder, auf YouTube. Er ist weg vom Fenster. Sogar YouTube sagt, ist genug, was du mit Bushido gemacht hast. Ja. Und Arafat sitzt da hinten und überweist jeden Monat 20.000 an Ruth. So, und Sinanji sitzt immer noch da, ja. Von dem Kind, von dem 2.000 Kind hat er die Kindheit zerstört. Köln ist immer noch da. Egal. Arafat, Yasser, ihr werdet nicht heute bestraft. TikTok Deutschland lässt euch wieder hier rein. Aber, 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 guck mal, Arafat hat mir das selber gesagt. Er kriegt sein Auge nicht zu, ey, Präsident, er kann nicht schlafen. Er wollte von mir nach... Er kann nicht schlafen, verschwitzt, steht er auf. Guck mal, wie alt er geworden ist, seit einem Monat alles hängt. Warum? Weil er mit den Kindern, weil er sie nicht mehr vergiften kann. Sonst kommt er abends hier hin, legt sich nach hinten, macht seine Beine, legt da nach vorne und erzählt den Kindern, hier, kommt alle ein Herzchen rein. Guck mal, die Abunschakas haben Barellos Leben zerstört. Sie haben sein Leben zerstört, sie haben ihn gehaßt. Nein. TikTok-Verbot. Forever. Barello wird nicht mehr live kommen. Wegen TikTok wird die ganze Zeit gesperrt, die ganze Zeit abgestoßen. Ja, und das ist auch. Ich denke, dass die Verträge zu Ende sind, oder dass die Biefen mit dem Räumen nicht mehr verraten. Nein, 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 nein. Arafat, Arafat, da wird zu Ende... Nein, das geht darum. Das geht darum. Alles, was militant ist, kannst du nicht bringen. Du kannst... Ein Barello hat Reichweite. Alleinherzig, wenn er meiner Meinung sagt. Er hat Reichweite. Er trifft viel... Was denkt der, Alter? Das ist doch nicht mein Herr Barman. Er hat keine... Hört ihr mich? Ja, ich hätt' dich. Hört ihr mich? Er hat Reichweite. Und ein Yasser, Abunschakas, das sind ja auch keine Kinder, Alter. Das ist nicht sein Land. Macht alle ein Herzchen rein, wenn er meiner Meinung ist. Die tragen, wenn ihr ihren Waffel einfach gestalt habt, der Brust, Alter. Und ich kann man so gehen, was ist das? Die ganze Zeit, die Tür kann ich nicht mehr zuhören. Wie kannst du, Yasser Abunschakas, einen kleinen Jungen, wie der nichts im Kopf hat, wie kannst du ihn anfangen, weiter über die Politik zu reden? Hört, diese Stimme, voll nicht wachsam, Mann. Und mit jeder Satz habe ich in den Augen gesehen, wie du es gefeiert hast, dass er in diese militante, aus der Ecke kommt. Und du weißt ganz genau, ja, El-Präsidenten macht dein Mikrofon ein, du weißt ganz genau, Yasser Abunschakas und Arafat, ihr wisst ganz genau, Barello ist ein Feigling. Er würde niemals auf eine Demo gehen und wenn, dann würde er drei Raumfahrtanzüge anziehen und schusslich ihre Weste sogar an seine Nase wickeln. Alle ein Herzchen rein. Alle ein Herzchen rein, die wissen, dass Barello der größte Angsthase ist, er hat einen Abschieb und Bock, damit der Dinger auch gesperrt. Aber wer ich, wer ich, damit der Dinger auch gesperrt, zuschauer generieren kann, auch TikTok, Alter, der Dinger auch vertreten kann. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, dass sowas ist. Wir haben den größten TikToker Barello einfach ausgelöscht, kaputt gemacht, fertig. So, und dann noch mit Gold, alle ein Herzchen rein, die Abunschakas haben Gold beauftragt, um jemanden zu machen. Das ging in die Hose, hat nicht geklappt. Gold, der Glatzkopf, der tote Augen hat und mit, wer kennt ihn? Mit, 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 mit Tuch und runter. Der arme Junge hat neun Jahre, hat er gesessen im Gefängnis wegen den Abunschakas. Aber mit alles gelobt, mit alles. Nicht einmal gibt das Arafat zu, gar nichts. Und es ist verjährt. Ja, es war versucht, versuchter, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so, die Felschung, die Riechen, ja. Gold ist ein guter Mensch, Gold ist ein guter Mensch, ja. Aber, sind alles Fußsoldaten, Barello und Gold. 80% von Bibszeit nicht gelobt, Barell ein Herzchen rein, wenn ihr mal nicht mehr seid. Die haben nur Fußsoldaten unter sich, die sie benutzen und kaputt machen. Gold ist Barello dran, morgen ist, was ist das, ey? Marcel dran, übermorgen ist ein Tobias dran, über, übermorgen ist ein Coach Frankie dran. Die schnappen sich ein nach dem anderen um ihr Konto immer höher zu sein. Und für Arafat alle ein Herzchen rein. Der Typ hat so Probleme, für ihn, er, er weiß, dass er alt wird. Seine Zeit läuft ab. Das Einzige, was er noch hat, sind die Kinder hier. Warum bist du jetzt so gegen Arafat? Der hat doch gar nichts gemacht gegen dich. Da kriegt er Anerkennung. Du hast ja aber gesagt, Alter, das ist so wie Herr Ruhl. Und dann zieht der Herr über die TikTok-Manager alle ein Herzchen in den Chat rein, wenn ihr meiner Meinung seid. Man kann über alle Manager streiten, intern, ja, hier, TikTok Deutschland. Man kann sagen, der ist blöd, der ist blöd, der ist doof, der, ne, voll, äh, äh, aber, das sind kleine Zickereien, Streitereien, ja. Das, was Arafat macht, das ist schmutzig. Ja. Das, was Arafat macht, ist schmutzig, ja. TikTok Deutschland will ihn nicht mal, jetzt geht er in den Ausland und holt sich das dort, ja. So. So funktioniert das jetzt. Ja. So, tippen, tippen, tippen. Und dann die Unterstellung gestern, ne. Wie kann ein Abou-Chaker, ein, von, 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 von Mafia, vom Mafia-Kirchen, reden, ja. Eigentlich kann ich nicht so ein Maaschen sagen. Der Polizei sagen, da ist ein, äh, Punkt, 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 Dealer. Und, äh, ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich nicht, was mit dir jetzt wieder ist. Du hast doch noch mit seinem Bruder, Junge. Äh, der TikTok-Chef ist im Durchschnitt und muss es klären. Pumpen kannst du auf die, äh, minus eine Million Platz machen. Pumpen auf null, also Pumpen auf null. Pumpen runter, Pumpen weg. Mach diesen Pumpen weg, Alter. Wir haben den Pumpen gesehen. Dankeschön, viel, viel Dank für 60.000 Likes, ja. Wir haben den gesehen. Hey, Pumpen, Pumpen weg. Und es wird immer weitergehen, es wird immer weitergehen, es wird immer weitergehen, ja. Es wird immer weitergehen, es wird nicht aufhören. Melissa, Dankeschön, vielen, vielen Dank. So, nehmen wir mal einen Wissenschaftler hoch. Hörst du Granaten? Invictus Orsini, macht alle das Plusverlust? War die Kette bei dir. Servus, Coach. Jo, Moise, lieber, stell dir eine Frage. Ähm, ich wollte nur kurz dich um was bitten. Oh, um was wolltest du mich bitten? Kannst du, wenn du einen Alman-Name benutzen möchtest, einen anderen nehmen als Ständig Tobias. Tummelein. Ich fühle mich von dir diskriminiert. Nein, Tummelein, Tummelein. Ich schlag dir auch einen Namen vor. Okay, schlag vor. Rüdiger. Aber Rüdiger heißt oder Helmut. Komm schon. Ja, aber so hieß der Bundeskanzler. Ich brauch einen anderen Namen. Lebt der überhaupt noch? Philipp! Philipp! Ja, Philipp ist gut, okay. Philipp und Justin. Äh, Justin ist nicht deutsch. Justin ist nicht deutsch? Britisch, glaub ich. Nee, nee, Justin ist, äh, Justin ist deutsch. Rudolf, Rudolf. Rudolf, ich komm. Kevin, Kevin, Kevin. Okay, Kevin. Michael, nee, Michael ist auch Grundschule. Guck mal, amerikanischer Film, Kevin Alleyne, so aus. Ist kein deutscher Name. Kevin, äh, ja, ja, ja. Nee, aber Fakt ist, ich wusste nicht, dass den Tobias in meiner, ähm, in meiner, guck mal, als Entschuldigung nimm ich dir das Plus weg. Und ich hab selber, ich hab selber zwei sehr gute Freunde, die Tobias heißen, aber, äh, ja, die machen sich auch lustig über mich, ne? Wolfgang. Wolfgang ist gut. Wolfgang, ja, aber so heißt doch keiner mehr. So hieß der Opa. Es gibt kein, kein typisch deutscher Name in so einem Jugendalter, oder? Guck mal, jetzt sagt ein Top-Supporter nicht Michael. Oh Gott. Am besten, man zieht über niemanden her. Ja, aber Michael kann man ja auch Michael sagen. Hier schreibt einer Stefan. Stefan. Okay, Stefan ist gut. Nein! So, Tobse, ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Danke. Danke nochmal. Danke, dass du Bescheid gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Hat er gerade gesagt, Alarm, wir gehen mit dir sein? Der verstehe ich hier schon. Was ist mit dir los, Coach? Oder mal einen deutschen Bürgerwein, Moritz? Moritz Heizkei. Äh, Hallo? Äh, guter Abend, Franke. Guten Abend, guten Abend. Hey, immer wenn ich da, meine Mama hat gut gefallen, deine Golfschläger. Sie hat gesagt, sie will auch in den Golfschläger kommen. Warum? Was habe ich mit deiner Mama zu tun? Ja, die hat gefallen, deine Golfschläger. Ja. Boah, was hat die denn für eine Familie? Ja, du hast mir gute Arbeit gemacht. Hast du eine Anmeldung, Deite? Für was? Die will in deine Golfschläger. ich, äh, bin, äh, auf Online-Deutsch. Ich bin nicht. Ich habe Anmeldung, was hat deine Meinung zu Kolodial-Metall? Was? Er will, dass du seiner Mutter Banane gibst. Was ist das? Kolodial-Metall. Kolodial-Metall? Genau. Was ist das? Andere Frage. Ist Chrome Kolodial gut für Abnehmer? Ähm, nein, das würde ich nicht nehmen. Das ist wie wir sein. Weil, es kann sehr giftig werden. Oh, Chrome kann giftig werden. Chrome ist ein Metall. Ok, weil ich habe ein bisschen geguckt, Internet, weil du sagst, immer man studiere. Ja. Und da ich habe geguckt, Chrome zeigt, sehr viele Leute sagen Chrome. Ja, richtig. Äh, wie meins? Ja. Bitte, du wolltest was sagen, toll. Nee, alles gut. Ich glaube, du musst deine Nase mal schnupfen. Meine? Na, soll ich dir die Adresse geben? Nein. Ich will keine Knopf-Tabak. Keine los. Nein, nein. Willst du meine Adresse haben? Keine. In Hamburg. Ja, ja, ich wollte einmal Nummer 142 haben. Und. Warum? Was los? Ich wollte Nummer 142 haben. Haben Sie Apfelschorbel? Äh, na, 102 bitte keine, aber hat 69 da holt du oft. Okay, dann gib mir bitte nochmal einen Apfelschorle dazu. Okay, Apfelschorle. Ja. Das war, hast du kein geblattes Leib mit Ente? Äh, nein, ich hasse Ente. Du hast Ente, okay, keine Quarkquark in deiner Leib. Nee, kein Quark in meinem Leben. keine Quarkquark. Okay, eine letzte Frage, Kurt, dann bin ich weg. Äh, äh, brauchst du nicht meine Adresse? Nein, ich höre deine Dinge von Weitem, du bist laut, hast du laute Organe. Und ich möchte bitte, ähm, Stäbchen haben, Essstäbchen. Äh, nicht diese Plastikkabel. Willst du vom Mitarbeiter gefüttert werden? Nein, nein, ich brauche nur die Holzstäbchen. Alles klar, okay. weil, weil, ihr seid eine Geize gesparen. Nein, du, absolut, nein, wir nehmen die Geize. Du willst dem mal eine Bezellung bei dir ankommen, okay? Okay, okay, wie lange dauert das, bis das Essen da ist? Äh, wenn du mir eine Kut, eine Kut gibst, zehn Minuten schneller. Was für ein Kut? Eine Kuss. Ah, ein Kuss, okay, okay, okay. Äh, bist du eine Frau oder ein Mann? Das bleibt geheim nicht. Okay, dann kriegst du das. Dann mach mal halbe Kut, weil du weißt nicht, was genau. Okay, mh, mh. Okay, danke, aber ich hatte nur letzte Frage, okay? Ja. Äh, was kannst du sagen bei Likigat für Darmreinigung? Was? Darm, Darmreinigung. 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 Genau. Was ist damit? Ja, wie kann man Likigat Darmreinigung. Wir haben mal Darmreinigung. Hör auf, dein Essen zu essen. Das ist aber Likigat los, Nein, dein Essen ist nicht gesund. Ich werde nie wieder liefern bei dir, okay? Achso, ich dachte, sehr emotional, sehr emotional. Und ich werde nie wieder mal was bestellen bei dir. Ja, aber das gut, hast meine Mama hat du Golf gespielt. Ich habe Beine auf, aber alle gut, und jetzt mach du wieder runter. ich habe mit deiner Mutter nicht, ich habe nicht mit deiner Mutter Golf gespielt. Hör auf, deine Leute, na, ich bin nicht da, dann wieder zwei Wochen holt von mir rein. Alle gut, aber danke für Zeit, okay? Ich wünsche einen schönen Adel. Dankeschön, Dankeschön, viel, vielen Dank, ja? Ciao. Ciao, ciao, Dankeschön. Ah, der ist von alleine aus. Naja. Ich soll zu seiner Mutter. Oh, danke für die Schatztruhe, ich bedanke mich nie dafür, weil ich denke, das kommt von TikTok oder so. Sprüche vom Herz, hat 1000 Coins reingeballert, ich weiß nicht, was das bedeutet, 2 Minuten 49, ich werde das niemals verstehen. Ich habe auch nicht Zeit und Lust dafür, diese Schatztruhen Geschichte zu verstehen und was ihr davon habt, ihr habt keine Ahnung. Ja, wenn jeder so eine gammelige Rose bekommt, ähm, Badeni, 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 Hä? so, Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Komm, holen wir jemanden rein, den feiert ihr, alle ein Herz geht's inhalt. Hallo, mein Lieber, mein Lieber, wie geht's dir? Gut, wenn du sie rausschmeißt, jetzt. Okay, geh mal raus, ich möchte mit dem bleiben. weg damit, findet man überall. Okay, Coach? Ja. Ich komme raus, wiederkommen. Die wirst du nicht los, ne? Die wirst du nicht los, mein Lieber. So, ja, ja, mein Lieber. Ich gehe raus, ich komme wieder, ja? Ja, und sag dir bitte, dass ihr Pullover kaputt ist. Ihr Pullover ist kaputt. Ja, das ist erlaubt nicht bei uns, das so eine Frau zu sehen. Alles klar. Okay. Bis gleich, bis gleich. Bis ich gucke und so, haha, die ist richtig abgefuckt, Alter, haha, haha, weißt du, Rob, alle wollen mich nochmal vögeln und so, jetzt kommt der, also, nee. Okay. Hallo? Ja, Coach, Coach. Guten Abend, mein christlicher Bruder. Guten Abend, mein muslimischer Bruder. Was für eine hinterländige Begrüßung, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ähm, mein Lorz zu wünschen. Ey. Ey, hör zu, du bist doch ein Christ, oder ne? Wer weiß. Okay. Gut, dass es hier keiner verstanden hat. also, 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 meine Frage, Antwort war nein. Ja, okay. Ja, ne? Auch das Kreuz daraus, wo du sowas machst. Ja, aber du frontest doch auch, Leute. Also, du beleidigst sie doch auch. Nein, aber ich sag nicht, dass sie mein, Lorz streicheln sollen, oder so. Ja, das sag ich ja nicht. Streiten darf man ja. Du darfst ja auch, du darfst ja auch, äh, ey, diese verdammte Fliege, Mann, ich. Also, du kannst ja, nein, ruhig, das ist nicht Christ, mein Johan. Schaustruhe war leer. Achso. Ja, und ihr habt null Münzen. Achso. Ja, die Leute, die Bots aus dem Ausland, kennt ihr die? Macht man ein Herz in den? Wie heißt du überhaupt? Äh, ich? Ja. Äh, ich bin Janis. Ich bin der Janis. Du bist so ein Lügner, Mann. Trigger, danke schön. Okay, danke schön. Schönes Wochenende. Minger, Wochenende ist vorbei, wo ich wieder arbeite. Ja, dann geht mal zum Deo-Roller rüber und fragt den Deo-Roller. So, ich hab keine Lust auf, 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 hier. So, wer hat schon wieder, Halil, ah, ey, schon wieder der Spalter, Halil, Mann, alles so, so Betrüger. Ich kann Gott nicht, aber ich bin gleich bei dir, ne, kommt, Medi? Rocky. Wenn ich Königskind unten sehe, der nur seinen Kopf in die Toilette steckt, mit Handstand, für 20 Euro würde er, für all, äh, ich bin das Vorgehen für meine Kinder. Seine Kinder gucken zu. Zusauschauer, dein ein und alle, Wasch dein Gesicht, mein junger Mann. Ist so, eine einzige Schelle würde ausreichen für dich. Und er darf Vater sein, ja? Eine einzige Schelle würde ausreichen für dich. Bro, dein Sohn wird zusehen, was du da getan hast. Und genau das auch, so wie da Kinder mit reinziehen. Geh doch auf mich und dann geh ich auf deine Mutter. Du gehst auf Toiletten. Aber weißt du was? Ich fasse dich zum Kampf auf, wenn du willst. Sehr, sehr gerne. Okay, dann lass mich doch mal was sagen. Okay, okay, gutes Angebot. Nein, nehm einfach nur an. Okay, dann lass mich doch mal das annehmen. Okay. Ich habe Angst, dass wenn ich dir eine Rüberbretter, dass meine Hand die Tätowierung abkriegt, ja? Die sehr schlecht gemacht sind. Komm, komm, komm. Dann habe ich hier stehen. Du redest ja so. Dann habe ich. Du redest ja so. Guck mal, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, du gehst doch von mir, äh, 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 Mädchen, ich habe eigentlich keinen Bock hier. Ich gehe jetzt raus. Weil ich muss meine Tätowierung in die Follette tun. Das ist lustig, ja? Ganz ehrlich, eine Schelle. So ein Tastaturgenkind, ja? Eine Schelle. Aber mit denen gebe ich mich gar nicht, weil da habe ich sehr schön, der mit Jaser redet. Wenn der Jaser den in die Finger bekommen würde, der würde auf den Schelle schicken. Der Jaser, der Jaser, der Jaser, der Jaser, der Jaser, der Jaser. Aber ich würde dir den auseinanderfalten. Der Jaser, äh, äh, Jaser. Ich würde dir den auseinanderfalten. Du kannst meinen Becken zum Beispiel. Du bist für mich so nur ein Schmarrerzeit. Huligin, Huligin. Du bist eine Flachzahler. Ja. Eine Flachzahler. Also, mein Job, dein Vater hat heute Geld verdient. Ja, wie denn, Papa? Ja, ich habe meinen Kopf in die Toilette gesteckt und da habe ich ganz viele Fische gefunden, ja? Wie gesagt, Leute. Das ist so dumm. Ich bekomme einen Tumschritt. Äh, in der Zeit... Alter, was ist das mit dem Coach, was? Ich würde hier alle weiter abonnieren. Ja, der Schreck. In dem Moment, wo ich den Stumme... Ich nutze den gerade einfach nur aus den Affen. Papa ist ein ganzer Stolz. Ich nutze seine Reichweite aus. Die sollen schön weiter alle abonnieren. Der Kanal war, wie du, vier Monate gesperrt. Und ich stimme den gar nicht für voll. Wenn der irgendwann mal einen Kampf haben will, kann er das gerne machen. Ende der ersten Runde ist der Knockout. Und das ist ein Versprechen. Ende der ersten Runde ist der Knockout. Versprich du doch deinem Sohn mal, dass du deinen Kopf in die Toilette steckst. Ja, ja, ich weiß, dass der Coach Frankie damals ein Frauenschläcker war und dass er deine Frau umgehauen hat. Ich weiß das. Oh, Frau Wendt? Coach Frankie hat ja damals eine Frau misshandelt. Ja, genau. Wie der Jaser auch. Wie der Jaser auch. Ja, also. Der Jaser hat ja auch sowas getan. Das ist ein Otto ist das. Der Jaser. Hast du ja gesehen? Ein Otto. Der Jaser. Der Jaser hat doch eine Anklage wegen der Jaser. Der Jaser hat doch eine Anklage wegen der Jaser. Fäcke Punkt vor Punkt und äh. Hä? Der Jaser. Fäcke Punkt. Der Jaser hat ja auch in den Jaser. Der Jaser hat ja auch in den Jaser. Der Jaser hat ja auch in den Jaser. Wie ist Frankfurt, liebe Leute, hier ist Frankfurt. Ich würde sagen, ich mache das auch weg. Aber ich bin unter Cover. Eigentlich. Und da denke ich auf drei Videos. Warum kann man die Namen nicht im Match sehen? Warum kann ich die Namen alle... So, jetzt wart ihr vor zwei Dio-Roller. Du hast ja noch einen Dio-Roller reingeholt. Das war ja ein richtiger Anti-Dio-Roller. Der war ja richtig giftig, mein Lieber. Komm, reden ist zu viel. Warte mal, du bist ja ein DM-Dio-Roller, ein Bio-Dio-Roller. Du bist nett, aber ist nicht so effektiv. Aber er, den Duft mochte ich nicht so von dem anderen Dio-Roller. Guck mal, wenn der Tag lange ist, rede ich schon viel Scheiße. Du bist eine Brinschweine, die denkt, die wäre irgendwie krass, die anmächtigen Leuten... Was weiß ich was, Digga. Du barbecst zu viel. Oh Mann, ey, man nimmt kein Papiertuch dafür. Das Geldversteuerung, man nimmt ein Mikrofasertuch. Hab ich aber gerade nicht, okay? Ja, dann nimmst du die Glatze. Okay, komm. Also kannst du einmal noch mal bitte unter meinen Unterarm Dio-Roller machen? Dann kann man, dann kann man. Dann läuft noch ein bisschen Schweiß runter. Dankeschön. So, macht alle das Plus weg. Oh mein Gott, der trinkt aus einer Glasflasche. Oh mein Gott, das ist voll Pestizid-mäßig. Mein, also meine Eltern tragen immer Hand für Hand vom Brunnen aus dem Quellwasser das nach Hause. Du bist echt, du bist ein Otto. Ach so, darf ich jetzt nicht. So einer wie du, ne? Das ist einfach Billigzeug, ja? Ich, meine Mutter holt das aus dem Kuhdamm, ja? Immer Hand für Hand nach Hause. So. Ja, aber deine Eltern haben nicht gearbeitet, deswegen bist du so. Stimmt auch. Das ist TikTok. Und was spielen wir? Um einen Falken. Ne, wirst du nicht kommen Zeit damit, Digga, was anderes? Das ist scheiße, ne? Hast jetzt geheiratet, hast jetzt die Wohnung, ne? Laut Statistik, vier Jahre ist Trennung. Und diese Wohnung wirst du auch noch verlieren, mein Lieber, ja? Jetzt sitzt du alleine da. Jetzt sitzt du alleine da. Wärst du doch lieber Single geblieben, drei Jahre noch durchziehen TikTok, dann hast du dir 300 Euro angespart. Guck dich jetzt an. Wo bist du jetzt? Mach dir die Küche sauber. Mach dir die Küche sauber. Schäm dich. Mein Bruder, debatt nur, was geht immer. Okay, komm. Statt bei Armani im Schrank zu sein, als Deo-Roller. Hör mal zu, guck mal, ich respektiere dich. Du bist alles auf stumm gestellt. Ja, warte. Ja, jetzt höre ich den. Guck mal, wer lügt. Ich, I hear you. So, jetzt sag doch mal, was du mit einer gefälschten deutsche Gabana-Mütze. Sag doch mal jetzt, was du auf dem Herzen hast. Ja, das ist gut, aber okay. Und zweitens, guck mal, du kannst Spaß mit mir machen. Aber wenn es um meinen Ring geht und meine Ehefrau, digga, halt deine Klappe. Hä? Nein. Ohohoho. Nach dem Motto, es war ein Fehler, Bruder. Hör auf, sowas zu sagen. Nein, nein, nein. Jemand, egal. Ich würde sogar den Schlechtesten, würde ich ihm nicht wünschen, dass seine Ehe oder so aus ihm beigeht. Nein, nein. Ich hab, ich sag nur die deutsche Statistik. Wir sind aber keine Deutschen. Gehst du jetzt auf Deutsch, oder was? Ich geh nicht auf Deutsch, aber ich bin kein Deutscher und wir haben uns... Ganz dünnes Eis! Ganz dünnes Eis! So, okay. Leute, was machst du denn mit meinem Ring? Also, also, unser Deo-Roller ist heute ernsthaft unterwegs. Okay, wenn du ein Mann bist und ein bisschen besitzt. Warte, ich guck mal kurz, ob ich ein Mann bin. Äh, ja. Herr Lira, trink ein Ei. Ein Ei? Ein Ei? Zwei Eier. Zwei Eier? Warte, 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 warte. Zeig mal den Deckel. Wenn das keine Bio-Eier sind, dann nimmst du vier davon. Zeig mal, Bodenhaltung. Schäm dich! Schäm dich! Diese Hühner, diese Küken, wurden verprügelt und wieder da in die Eierschale gedrückt. Weißt du, was da manchmal rauskommt? Bro, bitte. Was? Ja, willst du jetzt Bio-Siegel da raufkleben oder was von der Marmelade? Also, bitte nur Freiland-Eier oder Bio-Eier, okay? Okay. Hör mal zu. An ein Herzchen rein. Bio-Eier sind knallgelb, neongelb. Und diese Schimmel-Eier, wo die Hennen 20 Stück gehen ineinander rein in einen Käfig. Bis die platzen. Und diese Eier werden gesammelt. So. Komm, lass uns was spielen. Was macht der Verlierer? Hör zu. Hör zu. Steig, macht der Bauer auf. Die Hühner kommen als Viereck raus. Als Viereck. Als Viereck. Ein Quadratzentimeter hat so'n Truthahn. Ein Quadratzentimeter. Alter, wie du unterstützt das. Einer unterstützt das, wie du. Hallo? Die Hühner essen sich schon vor Verzweiflung in diesem Tempel. Ey, dann geh auf die Straße, mach eine Demo. Mach eine Demo, was denn? Ey, juckt mich grad gar nicht, ja? Ey, das sind Quadrat-Hühner. Du kaufst Quadrat-Hühner. Die sind in Käfigen. Die kommen als ein ganzes Stück raus aus dem Stall. Und dann muss man gegentreten und dann explodieren. Okay. Und dann sind das 28.000 Hühner. Ey, Frank, wer bin ich? Einer wie du. Einer wie du. Zum Glück. Wer bin ich? Komm, wir jetzt in die Hamid-Khala-Puffin. Ja, ja, Hamid, Hamid. Hamid. Okay, du willst ablenken, dass du Tierquäler bist. Also, bitte alle bei ihm das Plus wegnehmen. Er unterstützt Bodenhaltung. Er war in Grafik. Das heißt. SATAN. Komm mit dem Traktor. Manche Hühner sind zur Hälfte abgeschnitten. Wegen dem Traktor, wegen den Gabeln. Das heißt.